Musik Herzlich Willkommen im Tierkrematorium Seon. Musik Der Abschied vom geliebten Tier ist für viele Tierhalterinnen und Tierhalter ein schwieriger Moment. Oft hat es sie jahrelang begleitet und sie fühlen sich ihm eng und stark verbunden. Jeder Mensch hat seine eigene, individuelle Art mit seiner Trauer umzugehen. Bei uns im Tierkrematorium Seon soll dies in jeder Form möglich sein. Unser Ziel ist es, auf diese Menschen und ihre Bedürfnisse einzugehen. Wir sind an 365 Tagen im Jahr für Sie da. Wir vom Tierkrematorium Seon bieten Ihnen verschiedene Möglichkeiten, wie Ihr Tier zu uns gelangen kann. In der Regel kontaktiert uns die Tierärztin oder der Tierarzt. Wir holen Ihr Liebstes in der Tierarztpraxis ab und bringen es persönlich nach Seon. Ist Ihr Tier zu Hause gestorben, holen wir es auf Ihren Wunsch auch bei Ihnen ab. Gerne dürfen Sie Ihr geliebtes Tier auf dem letzten Weg bis zu uns nach Seon begleiten. In unseren ruhigen, stilvollen Räumen können Sie sich ungestört Zeit lassen, um Abschied zu nehmen. Um Wartezeiten zu vermeiden, ist eine telefonische Terminabsprache unbedingt erforderlich. Mit unserem ID-Chip-System garantieren wir Ihnen, dass Sie wirklich die Asche Ihres geliebten Begleiters zurückerhalten. Musik Gerne stehen wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung